Heubach Edelmetalle, ein renommiertes Familienunternehmen in der dritten Generation. Seit über 50 Jahren vertrauen Kunden jeden Alters dieser Erfahrung und Kompetenz. Der Krügerrand ist nach unserer Expertenmeinung die beste Anlagemünze der Welt. Keine Goldmünze wird international und besonders in Deutschland so oft gekauft wie der bekannte Krügerrand. Der Krügerrand ist für manch einen vielleicht nicht die schönste oder filigranste Goldmünze, jedoch kennt und akzeptiert den Krügerrand jeder. Warum? Nun, weil selbst ein Laie diese Münze kennt und der Krügerrand speziell auch dadurch schon einen besonders hohen Stellenwert hat. Der Krügerrand fällt durch seine etwas rötliche Farbe besonders auf. Das kommt daher, da er einen Goldgehalt von 916 zu 1000 Feinteilen hat und somit auch kratzfester ist. Der Krügerrand hat damit dennoch eine Unze Gold mit 31,1 Gramm, aber ein Bruttogewicht mit 33,93 Gramm. Auf die Münze Krügerrand ist absolut Verlass. Diese Münze ist auch als erstes ausverkauft, wenn es mal sprichwörtlich eng wird und hat den höchsten Aufschlag. Und das wieder aus dem gleichen Grund, weil diese Münze jeder kennt. Der Krügerrand bekommt von uns Experten eine ganz klare Kaufempfehlung und damit die Note 1. Sie können den Krügerrand einzeln gekapselt bestellen. Oder in der Originalverpackung A10 Stück, in der Rosé Original Tube sowie per 15 in der Türkisen Original Tube. Natürlich bieten wir auch gerne unseren Großkunden und Banken den Krügerrand auf Wunsch in der Original Masterbox an. Wir setzen ganz auf klare Preistransparenz. Die Differenz zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis nennt man übrigens Spread. Und der beträgt bei uns nur 1 bis 2%. Sie haben damit also kaum Gebühren und Verlust zwischen Ankauf und Verkauf. Vergleichen Sie doch bitte selbst den Spread und unsere Preise, zum Beispiel mit Ihrer Bank oder anderen Edelmetallanbietern, um sich von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Wir beziehen sämtliche Edelmetalle von der Landesbank und verfügen daher über allerbeste und ausgezeichnete Qualität. Alle Goldmünzen sind bei uns einzeln gekapselt oder in den Original-Tubes vom Hersteller. Wir prüfen selbstverständlich sämtliche Edelmetalle, bevor wir diese herausgeben. Per Röntgenfluoreszenzanalyse, Magnetwaage, Leitfähigkeitsanalyse und vor allem durch unsere kompetente und persönliche Erfahrung seit über 50 Jahren. Da es sich bei den Edelmetallen um einen großen Wert handelt, übergeben wir diese generell auch nur dem Profilogistiker Intex, der Ihnen die Schätze schnell, sicher und absolut zuverlässig zustellt. Selbstverständlich auch gerne mit Terminvereinbarung. Wenn Sie etwas an uns verkaufen möchten, so organisieren wir Ihnen auch eine Abholung durch Intex, sodass wir die Ware dann am nächsten Tag haben und tagfertig den Betrag an Sie direkt überweisen können. Warum eigentlich Edelmetalle? Sie sind seit jeher sicher und rentabel und auf jeden Fall werterhaltend oder wertsteigernd. In Ihrem privaten Portfolio bestimmt noch unterbewertet. Konservative Versicherung Vertrauen in eine Währung ist gut. Etwas Reales und Sicheres in der Hand zu haben, ist deutlich besser. Sie erreichen uns immer unter www.heubach-edelmetalle.de im Onlineshop Filiale in Schweig direkt am Autobahnkreuz A3, A6, A9 200 Meter nach der Ausfahrt mit zahlreichen Parkplätzen direkt vor der Tür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017